hallo freunde willkommen 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 heute machen wir ein bisschen deko und ich denke mal dass wir hier vorne den kram ein bisschen anpassen werden und ja mal gucken wie wie das ganze laufen wird aber erst mal hier unten gucken ist okay es gibt keine verstopfung das ist schon mal gut und hier okay das sieht eigentlich entspannt aus das sieht auch entspannt aus okay so was ich aber checken wollte war ich habe kein slime und kein gold und ich will mal den bilder testen so 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 Oh, der in hier. So, jetzt sind Bilder wieder und jetzt mal hoffen. Oh, der in hier. 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 Das war's. 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 Das hat auch nicht geklappt. Das war's. 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 Okay, schade. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Und... Das war's. 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 Mal gucken, das war's. Amen. 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 Mal sehen, ob das klappt. Ich bin sehr gespannt. Hm. Joa. Hat sehr gut geklappt. Ich will nicht mehr. Oh, sorry. So. Dann müssen wir gleich noch den Shader wieder reinitualisieren. Und dann hoffentlich klappt das alles. Okay. Options. Oh. Das wollte ich nicht. Master Volume. So. Ähm. Video Set in Shader Pack. Ich bin echt gut. Er zeig beholden einen neuen täglichen Rek excess culturaligen. Litteligkeit zurück pesiet. Merde rein. Und das ist ein anderes Zeug. Wenn ich mich dafür favourite Get onto some asked claim. Ich bin immer dran. Und wir den seaher zurück. Ich bin eben super 차� Turtle först. Oh, okay. So, add server, jfkiga und mit der IP-Adresse 127.0.0.1. Ups. So, mal echt gucken, ob das was gebracht hat. Und ich bin absolut gespannt. Wahrscheinlich hat es nichts gebracht, weil irgendwie mein Profil auf den Server zerschossen ist oder sowas. Hmm, hmm, hmm. 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 Ich stelle mich in die Ecke und bin traurig. Ich stelle mich in die Ecke. Okay, options, controls, keybinds. Okay. Äh, FTP. Open Map, nee, Bonclaim Manager. Äh? Äh, Open Quest, öh. Mehr hatte ich glaube ich nicht. Ah, doch. Voice. Äh. Und. Jut. Mhm. Und. War das das? Nee. Okay. Äh. 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 Mute-Mikrofon, was ist das? Hallo. Oh. Ah, hi. Hallo. So, alle meine Koffe sind weg. Ah, okay. Könntest du noch mal eben einstellen, Sasser? Ja, da bin ich gerade am gucken. So, Moistur Crash und so. Ja, ich habe anscheinend mein Profil zerstört. Aber nur mit den Bildern. Das war es aber auch. Ich wollte gerade sagen, sonst musst du mal sagen, wo du es hinhaben möchtest und was du machen möchtest. Und dann probiere ich das mal eben bei dir aus. Und mache dir das eben. Vielleicht geht das dann ja. Oder ob das an deinem Grundstück liegt, so weißt du. Ach so, nee. Ich kann noch nicht mal in offener Wildgeschichte bauen. Ah, okay. Ja, dann gucke ich mal. Sonst stelle ich dir den eben ein. Ja, das können wir einmal ganz fix ausprobieren. Ja, dann wissen wir, dass das nicht an deinem Profil selber liegt quasi, ne? Ja. So, wo haben wir es denn? Wenn du erstmal irgendwas verstellt hast, ne? Das ist echt die Hölle. Ja, das glaube ich wohl. Der Beder, der ist schon übelst praktisch. Nenn ihn ein sehr. Oh. Sorry. Ich habe noch zu viel Geschwindigkeit. So. Ähm. Wir können mal außerhalb von meinem Gebiet gehen. Äh. Hat es dich zerlegt? Ne, ich bin noch hier. Ah, okay. Es kann sein, dass ich nur gerade einen Ping habe. Ah. Ah, okay. Also wir können das gerne hier hinten einmal ausprobieren. Ah. Ist ja, ich bin noch clause eben mit Butter. Ah. Oh, hat es ihn doch zerlegt. Wie sieht denn aktuell der Crafter hier, äh nicht der Crafter, sondern ach du Scheiße. Da ist es, dass ich jetzt hier mit dem Kuchen wiederholfen kann. Also, wenn das nicht möglich ist, dann muss ich hier bei dir und ich nicht zu sehen. Ich kann hier auf die Kuchen zum Beispiel hier ein paar Hände ausprobieren. Also, die Kuchen wird dann aber schon ein paar Hände durch. Also, diese Kuchen wird dann nicht mehr so warm und dann so warm und dann so warm. Ich kann hier in它 und dann mal ein paar Hände ausprobieren. Soll ich einen Anbelner, das ist jetzt aber, dass ich nicht mehr so warm bin. Ah, er ist wieder da. Und noch nicht ganz reingeladen ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist auch ne ganz andere Karte als ich seh' ich gerade. Ja die ist, break was cancelled. Mal kurz, feste mal hier ne andere Karte. Nö, er ist ja bescheuert und ich dachte erst das liegt vielleicht am geclaimten Gebiet ne? Aber ich hab alles was im Internet steht ausprobiert. Also break was cancelled hatte ich auch einmal ganz kurz bei mir, das lag aber daran, dass da eine Looting Kiste im Weg war und dann hab ich die einmal abgebaut und dann hat er sofort weiter gemacht. Ja genau, hatte ich auch. Warte mal. Äh. So. Könntest du einmal ein Bilder bauen? Ja. Dann gehört der Bilder ja dir. Ja. So. Dann packen wir die ja nochmal ein. Ne, ich glaub du musst die neu nullen. Ah. Sollte vielleicht auch erst hier. Genau. Das ist egal. Ne. Hm, jetzt macht er ja Gar nichts, kannst du mal einen Schalter heransetzen Achso, jetzt probier nochmal Ja, hat funktioniert Warte Das liegt halt einfach wirklich an dir Mobbing Ich benutze aber auch eine ganz andere Shapecard als du, muss ich dazu sagen Ich nutze die Clearing Query Shapecard tatsächlich Du nutzt ja nur die Querycard Ja, die nutze ich und dann gehe ich mit der Clearing Query rüber Weil dann erhältst du den Dirt davon Und die einzelnen Rohstoffe Und hast dann ein bisschen mehr Dirt zur Verfügung Achso, ja, ich brauch dir nicht Daher einfach den Query Ja Ja Also, dann würde ich sagen Übernehme ich diese Query Könnt ihr Hast du ja eh bezahlt Ja Aber das kannst du doch keinem erzählen Anscheinend doch Wenn das Item dir gehört Dann will er es wohl nicht haben Ja Das ist eindeutig Mobbing Ne, ich vermute Ich vermute, der ist jetzt in irgendeinem Die Bilder mit mir verknüpft sind In irgendeinem Pseudo-Zustand Von wegen Irgendwo genau vor denen ist ne Loot-Chest Und die will er nicht abbauen Und weil genau in dem Moment irgendwie wahrscheinlich der Server gecrashed ist Oder sowas Oder neu gestartet ist Denkt er das jetzt immer Ja Naja, aber So reicht ja erstmal Ich brauch eigentlich auch nur zum Bauen Die Query Weil Bauen kann ich Abbauen kann ich nicht Hm Komisch Aber wenn es jetzt ja funktioniert Dann ist es ja gut Ja Also wenn ich mehr brauche Würde ich nochmal auf dich zukommen Aber Das ist Aber apropos Was mir gerade noch einfällt Du hast ja auch viele Ressourcen Hast du Fluorid Äh Ehrlich Ich glaub ich hab davon Ein bisschen was abgebaut Aber Ich brauch eigentlich nur vier Die vier kannst du danach auch wieder haben Achso So ist es nicht Ich will ja ein Setzling machen Damit ich da mehr von produzieren kann Ja dann kannst du ein paar mehr Setzlinge machen Ich hab noch 2000 Stück davon Also Was nicht füllt Ah ne das Das meine ich tatsächlich nicht Ähm Warte Fluorid Das ist so ein grüner Grünes Ding Das ist aber auch ein Erz Mal kurz gucken War das nochmal Fizzle Weil das brauche ich mich Um Fizzle Fuel herzustellen Für meinen Mechanismenreaktor Und zwar Ähm Genau Fluorid Das ist von Greg Tech Also F-L-U-O-R-I-T-E Ah Und du willst den Flawless Fluorid bauen Ne Oder den Äh Ja ich brauche das nur Für die Bedingungen Hier quasi Für die Äh Hydrogen Produktion Ich muss mich Fluor Äh Exit Mit Fluorid Zu Hydrogen Fluorid Exit machen Ja Und deswegen Will ich dann Sieb herstellen Ähm Um dann quasi Ganz viel davon zu haben Ich brauche wie gesagt Eigentlich nur 4 Stück So das ist reicher Für ein Setzling Ich bin der Meinung Irgendwie Äh Konntest du das aus Normalem Fluorid Herstellen Weil irgendwie Ist das Gebackt Und Ähm Eigentlich sollte Das das Fluorid Von Mechanism Sein Das funktioniert Nicht richtig Weil das ist ja mit Greg Tech Hier und das Ja Da habe ich mich noch Gar nicht mit Auseinandergesetzt Mit den ganzen Chemischen Zusammensetzungen Ja Warte mal eben Oh Äh Guck dir einfach mal Das Crusher Rezept Von Dem Mechanism Fluorid an Das hast du mir eben Gerade auch Genau Also anscheinend Kannst du das Crushen Und dann kriegst du Fluorid Dust Und den Kannst du In der Enrichment Chamber Zu Fluorid Umbauen Ah ok Und dann kriegst du Diese Kristalle Wodraus du Wahrscheinlich Dann den Seed Basteln kannst Ja Kannst du Äh Hab Das wird Flow Ne Das wird Genauso geschrieben Das ist nur Nicht Ähm JE Drinnen Interessanterweise Also das findest du Nur wenn du Es war Äh Wenn du es im Inventar hast Sonst gibt es das Nicht im Anzeigemod Oh mein Gott Der leftet das Game und Die Welt Knallt Alter Schwede Lord Joshua Du hast Den Tod Verdient Wow Der hat ein Loch Gesprengt So Von René Ok Dann können die Hier einfach In Hm Den place ich mal vorsichtshalber hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020